Ja, gestern war ein sehr schönes Spiel. Fünf schöne Tore gemacht, zu Null gespielt wieder, 14. Mal der Saison, glaube ich. Wir haben vielleicht unser bestes Spiel der Saison abgeliefert und auch eine sehr tolle Leistung von den Fans gestern. Das muss man auch anerkennen, es war eine sehr, sehr schöne Stimmung. Ja, und was ich noch erinnern kann von dem Spiel, klar, mein erster Dreierpack, das war natürlich sehr, sehr schön. Ich weiß noch, dass ich damals vielleicht nicht der größte Torschüsse war, bin ich jetzt mittlerweile geworden. Und ja, wir haben einfach uns zusammen entwickelt, zusammen groß geworden sozusagen. Und ja, also, wie wir diesen Weg gemacht haben, zusammen, hoffe ich, dass wir auch in der Zukunft weitermachen können. Klar, das habe ich mir schon vorher ausgedacht. Genau so weiß ich nicht, aber ich wollte auf jeden Fall ein Babywun machen. Meine Freundin war zum ersten Mal im Stadion wieder. Also, zum ersten Mal, seit wir das wissen, ist sie wieder im Stadion. Sie hatte viele Jugendliche keinen Leider gehabt und es ging nicht so gut, es geht jetzt besser. Und deswegen war das natürlich für ihr und für meinen zukünftigen Sohn.